In der Stadt der Bürgermeisterin, Elia Michel Steele. Hast du... So, wir begrüßen euch zum Duell. Wir können uns jetzt den 190 E sichern. Wahrscheinlich waren wir gegen ASAP fahren. Wir haben das Auto abrücken von dem, würde ich meinen. Schönes Sammlerstück. Mal sehen, wie er sich verhältn in der Stadt. Die Beführung ist schon mal ganz gut. Drei Runden. Das Rennen sind wir schon mal gefahren. Also nicht das Rennen, aber nicht mit dem Auto. Also gegen das Auto. Aber daher finden wir die Stelle mit der Tankstelle unten. Die ist halt sehr... Blöd gemacht. Im ersten Mal natürlich immer schön verfahren. Das Rennen. Das Rennen. Das Rennen. Und dann. Das Die letzte Runde, meine Freunde. Das Ding ist fast im Auto eingeblieben. Wir müssten ja noch mal Umfeld dauern. Das passt. gewonnen. Das passt. Dann vielen Dank an, ob ihr es hierhin zugeschaltet habt. Wir haben jetzt das Auto gewonnen, gut Geld kassiert und wir sind im nächsten Video. Bis dann. Bleibt dran.